Der Feuerachat und seine Wirkung Hallo mein liebes Kristallwesen! Heute dreht sich alles um den Feuerachat, seine Wirkung, Anwendung und noch ganz viele weitere interessante Fakten zu diesem wundervollen Edelstein. Zuvor aber eine kleine Einleitung. Der Feuerachat, auch als Flammenachat bekannt, ist ein faszinierender und kraftvoller Edelstein, der durch seine lebendigen Farben in Schichten aus Rot, Orange, Gold und manchmal Grün auffällt. Er gehört zur Familie der Chalcedone und ist eine Variante des Mikrokristallinenquarzes. Die Hauptvorkommen von Feuerachat finden sich in Mexiko, den USA, insbesondere im Südwesten und Brasilien. Der Stein ist bekannt für seine energetisierenden und schützenden Eigenschaften und wird häufig in der Kristallheilkunde eingesetzt. Seine Mooshärte beträgt 6,5 bis 7 auf der Härteskala, was bedeutet, dass er ziemlich widerstandsfähig gegen Kratzer ist, aber dennoch mit Vorsicht behandelt werden sollte, um Beschädigungen zu vermeiden. Wirkung von Feuerachat auf die Psyche Feuerachat wirkt positiv auf die Lebensenergie, Motivation und Durchsetzungsvermögen, indem er dabei hilft, Ängste, Selbstzweifel und Unsicherheiten abzubauen. Er fördert Selbstbewusstsein, Mut und Entschlossenheit und unterstützt die Fähigkeit, klare und zielgerichtete Entscheidungen zu treffen. Feuerachat hilft dabei, emotionale Blockaden zu lösen und unterstützt bei der Verarbeitung von Trauer, Verlust und Enttäuschungen. Der Stein stärkt die Willenskraft und fördert eine offene und ehrliche Kommunikation. Wirkung von Feuerachat auf den Körper Auf körperlicher Ebene kann Feuerachat die Selbstheilungskräfte stärken und das Immunsystem unterstützen. Er ist besonders hilfreich bei der Linderung von Erschöpfung, Müdigkeit und Energiemangel. Feuerachat kann auch Stressabbau fördern und dazu beitragen, Schlafstörungen und nächtliche Unruhe zu reduzieren. Darüber hinaus kann der Stein die Durchblutung und den Stoffwechsel anregen und das allgemeine Wohlbefinden steigern. Bevor wir zur Anwendung kommen, schau doch auch gerne nach dem Video unten in die Infobox. Da habe ich weitere nützliche Informationen für Dich und einen ausführlichen Steckbrief zum Feuerachat verfasst. Lass uns weitermachen. Die Anwendung von Feuerachat Feuerachat kann auf verschiedene Weise angewendet werden. Zum einen kann er als Schmuckstück wie Ketten, Armbänder oder Ringe getragen werden, um seine energetisierenden und schützenden Eigenschaften stets bei sich zu haben. Zum anderen kann man Feuerachat auf betroffene Körperstellen auflegen, um Schmerzen und Verspannungen zu lindern. Edelsteinwasser mit Feuerachat kann hergestellt werden, indem man den Stein für einige Stunden in ein Gefäß mit Wasser legt. Dieses Wasser kann dann getrunken oder zur äußerlichen Anwendung verwendet werden. Bei Meditationen kann der Feuerachat in der Hand gehalten oder auf das Wurzel- oder Sakralchakra gelegt werden, um die Lebensenergie, Vitalität und Leidenschaft zu fördern. Mythen und Geschichten rund um den Feuerachat In einigen Kulturen wird der Feuerachat als Stein der Leidenschaft, Energie und Durchsetzungskraft verehrt. Er soll seinen Trägern Schutz und Sicherheit bieten, negative Energien abwehren und ihnen Mut und Tatkraft auf ihrem Lebensweg verleihen. Es gibt Legenden, die besagen, dass Feuerachat im antiken Mexiko von Kriegern getragen wurde, um ihnen Mut und Stärke im Kampf zu verleihen. Der Feuerachat wurde auch in der Alchemie verwendet, da man glaubte, dass er die Energie des Feuers verkörperte und somit zur Umwandlung von Energien und zur Manifestation von Wünschen beitragen konnte. Der Feuerachat wird dem Wurzel- und Sakralchakra zugeordnet. Er unterstützt die Lebensenergie, Vitalität und Leidenschaft, hilft emotionale Blockaden zu lösen und fördert die Fähigkeit, Mut und Durchsetzungsvermögen zu entwickeln. Durch seine Wirkung auf das Wurzelchakra kann Feuerachat auch die Erdverbundenheit und Stabilität stärken. Dem Feuerachat wird das Sternzeichen Stier zugeordnet, welches vom 20. April bis 20. Mai stattfindet. Er unterstützt die praktischen und zielstrebigen Stiere dabei, ihre Leidenschaft und Lebensfreude zu entfachen, innere Harmonie zu finden und ihre Kommunikationsfähigkeiten zu verbessern. Feuerachat, Pflege, Entladen, Aufladen, Reinigen Um die energetischen Eigenschaften des Feuerachats zu erhalten und zu reinigen, sollte er regelmäßig, etwa einmal im Monat, unter fließendem, lauwarmen Wasser entladen werden. Schmuckstücke mit Feuerachat können einmal im Monat in einer Schale oder einem Gefäß mit Hämatitsteinen oder in einer Mischung aus Wasser und Meersalz entladen werden. Achte jedoch darauf, den Stein nicht zu lange im Salzwasser zu lassen, da dies seine Oberfläche beschädigen könnte. Zum Aufladen eignet sich Sonnenlicht, vorzugsweise am Morgen oder am späten Nachmittag. Oder alternativ kann der Feuerachat neben einer Bergkristallgruppe oder einer Amethystdruse platziert werden. Regelmäßige Pflege und Reinigung stellen sicher, dass der Feuerachat seine positiven Eigenschaften und Energien behält. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast und die wundervollen Eigenschaften des Feuerachats kennengelernt hast. Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel Ariel Ich wünsche dir alles Liebe und viel Licht, dein Kristallengel